Es wird mit und in der Natur gearbeitet. Und es ist die Zusammenarbeit mit Tieren und Pflanzen. Dabei werden Lebensmittel produziert. Also ist es eine sehr vielseitige Tätigkeit. Welches Wort ist gesucht? Das gesuchte Wort beschreibt den Zusammenhalt untereinander. Außerdem umschreibt es Vertrauen und Verlass. Das Wort entwickelt sich normalerweise mit der Zeit. Für uns sind die Mitschüler schon wie eine zweite Familie. Während im Unterricht fühlen wir uns wohl, weil wir uns durch das gesuchte Wort nicht verstecken müssen. Welches Wort ist gesucht? Diese Zeit ist am Anfang vom AG, in der man meistens Ausflüge macht. Daher weiß man noch fast nichts von den neuen Klassenkameraden. Während dieser Zeit erfährt man viele Dinge über die anderen, die man so im Unterrichten nie erfahren hätte. Welcher Begriff ist gesucht? Das gesuchte Wort findet während der Schulzeit, aber nicht in der Schule statt. Man lernt dadurch dazu und vertieft den Unterrichtsstoff. Die Besichtigungen von landwirtschaftlichen Betrieben gehören dazu. Der Mittelpunkt dieses Wortes sind Entdeckungen und Erlebnisse. Erlernen durch Erkunden ist das Motto. Welches Wort ist gesucht? Wissenschaft der Lebewesen. Das Wort besteht aus zwei altgriechischen Wörtern, die wörtlich übersetzt reden über das Leben bedeuten. Er ist eines der Naturwissenschaftsfächer und es beschäftigt sich mit Platznotieren. Welches Wort ist gesucht? Diese Zeit ist am Anfang vom AG, in der man sich... Was? Die Zeit ist am Anfang vom AG, in der man... Das gesucht... Fängst du jetzt schon an oder warst du? Fängst du jetzt an oder warst du?